Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judära und Samarin und bis an das Ende der Erde. Apostelgeschichte 1,8 LUT, in Apostelgeschichte 1,8 verspricht Jesus, dass der Heilige Geist auch auf uns kommen wird und uns die Kraft, Fähigkeit und Macht, geben wird, Jesu Zeugen bis an das Ende der Welt zu sein. Viele Christen halten sich an die Regeln, fragen sich aber, ist das wirklich alles? Als ich neu zum Glauben gekommen war, fühlte ich die gleiche Lehre. Sich an die Regeln zu halten, brachte mir zwar kurzzeitige Befriedigung, aber keine tiefe, innere Freude. Ich schrie zu Gott, Gott, irgendetwas fehlt hier. Zu meiner großen Überraschung hörte ich Gottes Stimme akustisch und wusste, dass er etwas in meinem Leben verändern würde. Nur wenige Stunden später erfüllte mich Jesus auf eine Weise mit dem Heiligen Geist, wie ich es noch nie zuvor erlebt hatte. Alles wurde anders. Ich spürte seine Kraft in meinem Leben so, wie es mir bisher unbekannt war. Wenn Sie jeden Tag Zeit mit Gott verbringen und seinen Heiligen Geist empfangen, dann ist das kein unheimliches, beängstigendes Erlebnis. Sie empfangen einfach nur seine Kraft und Weisheit für ganz normale Situationen, um Jesus ähnlicher zu werden. Haben Sie keine Angst vor neuen Dingen Sie müssen lediglich sicher gehen, dass Sie biblisch sind. Ich glaube, dass Gott Sie durch die Kraft, die aus dem täglichen Umgang mit seinem Heiligen Geist kommt, zu neuen Höhen in der Beziehung mit ihm führen will. Er klopft an die Tür Ihres Herzens. Werden Sie sie ihm öffnen und ihn willkommen heißen? Gebet, Gott, ich will ein Christ sein, der von der Kraft deines Heiligen Geistes erfüllt ist. Zeig mir, wie ich in der tiefen, inneren Freude des Heiligen Geistes leben kann. Danke, dass du mir die Kraft und die Weisheit geben willst, um im Alltag zu bestehen.